so also das ist meine ranking liste für tier 10 dds nur tech tree also ist keine massot zum beispiel dabei oder ragnar diese ganzen schiffe sind nicht mehr dabei also es geht nur um die tech tree ships und ich werde ein bisschen was dazu erzählen und die dann ranken ja also ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen vorteile nachteile und dann werde ich sie ungefähr ein renken wir haben es bis die tier und natürlich wenn ich jetzt die kohle schiff und so rein machen würde würde sich das ganze verschieben wir renken wirklich nur die tech tree schippe also deswegen kann da ein tech tree ship auf es zum beispiel sein was wenn wir alle dds ranken würden nicht auf es sein ist sein kann weil da sind halt dann noch mal welche drüber gut so viel zur erklärung man muss immer erklären weil manche sind da immer ein bisschen skeptisch verstehe ich wäre ich auch weil die ganze sache manchmal etwas schwierig ist so jetzt muss ich hier nur das hier anpassen dass ich den stream auch noch sehr den chat so was danke masso kommt gleich rein also wir starten es ist alphabetisch geordnet wir starten mit der regolo also regolo italienischer dd sap ist mega stark im eins gegen eins crawling smoke speed boost kannst du auch mal guten top rush machen sehr sehr schnell auch consummate ist nicht so premium na also es ist bei schlechten sieben glaube ich so in dem siemer bereich ich habe es jetzt nicht aufwendig drauf wenn du mal in dd gecatcht hast ist es natürlich sehr sehr geil ja dann kannst du ihn wirklich nuken erst jetzt nicht so einsteiger freundlich ja du hast du musst erst mal an die die ran kommen du hast problem mit dem spotting aber wenn du sie mal catcht kannst du gut was machen zum weiteren hat die an bach bekommen du kannst jetzt range mit ausrüsten womit du auch inzwischen auch gut bbs farmen kannst was sie ein bisschen aufwertet aber sie ist halt relativ schwierig zu spielen deswegen würde ich sie also ich spiele sie relativ gerne deswegen würde ich sie eher in b sehen ja ich finde ich persönlich aber overall ich setze in b ich setze in b weil es kommen noch ein paar schiffe die werde ich ein bisschen niedriger ranken und das wird dann auch seine gründe haben also regolo ist für mich durchschnitts b tier weil er einfach stärken und schwächen hat dies bisschen ausgleichen kommt relativ mittig dann die der ring ihr wisst ich spiele die der ring auch sehr sehr gerne der ring ist vielleicht zu regolo hast auch noch gute top range die tops sind langsam das ist dann immer so aber bei der der ring du hast ein hil dabei sehr sehr gut du hast hüttro dabei drei kilometer hydro was sehr sehr lang geht bis zu 45 minuten vier minuten auf jeden fall du hast gute ganz gutes konsument mit sechs kilometern du hast einen geilen smoke der dich wirklich in gewissen situationen super schützt du kannst gut farmen in aller ruhe bist nicht der schnellste dd das ist so ein bisschen der nachteil im competitive siehst du sie bei king of the seas bei vielen tournamenten auch immer wieder und ich sag mal so ich finde sie auch relativ einsteiger freundlich deswegen der ring ist für mich es hier so sieht es aus der ring ist für mich es hier der ring ist ein dd der über die jahre sehr sehr gut gealtert ist den du ohne bedenken noch spielen kannst mit dem improve pen angles mit dem ap kannst du franzosen auch sehr sehr gut punishen also der ring ist für mich es hier dann als nächstes die delny die delny ist für die schabarowsk in techtree reingewandert ist so gun dd style hat auch schlechtes konsument der dpm ist jetzt nicht so premium du hast bessere top range als die kaba mit zehn kilometer du spielst die klassisch mit mit hil ich würde sie nicht mit smoke spielen sieht man immer wieder aber das ding ist seit hier bist sehr sehr schnell bist auch bisschen besser gepanzert als der durchschnitts dd einfach jetzt mal lassen wir einfach mal so stehen aber im großen ganzen ich meine ich bin kein fan von der delny ich habe sie selber schon auch gespielt ich finde die kaba besser und sie ist auf jeden fall nicht besser als die regulo ich würde immer sagen dass die regulo besser ist als eine besser als eine delny ist und deswegen ist die delny für mich zetier als nächstes elbing ich finde elbing ist ein special elbing habe ich jetzt die letzte male häufiger gespielt ist eigentlich ein light cruiser der keine sit hat du hast massiv gute ap du bist besser gepanzert sehr viel hp bist durch den speed boost jetzt auch schneller und hast einen smoke hast torps die sehr sehr langsam sind aber eine gute range haben du kannst leute massiv nerven mit dem ding spotting 65 wenn ich mich richtig inneres auch relativ okay ist jetzt nicht premium also ich habe sie auf stealth gebaut ich würde sie so ein bisschen einordnen mit der regolo für mich sind die auf dem selben tier ich finde sie auf jeden fall besser als die delny auf jeden fall und ich spiele gerne mit ihr also macht sehr viel spaß gerade wenn du bbs abfernst mit ap und auch so wenn schiffe mal broadside zeigen gerade die light cruiser oder auch die ds mit ap und da ein bisschen gewinke sind kannst du sehr sehr viel damage machen im gegenzug frisst du gar nicht so viel damage hast sehr viel hp auch deswegen für mich bt dann als nächstes haben wir einen neues 9 dd im tech tree gedansk gedansk hat zwei eigenschaften hydro radar zehn kilometer radar kurze reload zeit auf das radar es geht zwar nur 10 12 sekunden ungefähr verdammt guten he alpha consument ist mit 72 nicht so gut oder 73 nicht so gut aber du hast halt so krassen damage du bist relativ schnell auch das darf man nicht vergessen kannst sehr gut farmen hast guten reload erst hier auf jeden fall dann als nächstes haben wir die gearing gearing ist immer so ein bisschen schwierig gearing gunboot ich meine du hast inzwischen so gute konkurrenz bekommen ist halt schwierig ich spielte gearing mit legemod um halt den sporting vorteil zu haben das 16 kilometer torb 16 5 kilometer torms mit guter geschwindigkeit kannst immer wieder ganz gut torpen hitten in der divi als small board überragend richtig überragend wenn du lege spielst hast natürlich weniger dpm ich spiel sie eigentlich relativ gerne auch noch aber sie ist halt durchschnittlich sie hat auch ein problem sie hat mehr panzerung als der durchschnitts dd nämlich 19 mm wenn ich mich richtig erinnere das macht sie gegen ap von der z von der daring sehr sehr anfällig dass manchmal ist panzerung nicht gut in manchen fällen ist es gut gegen gegen dds die nicht so guten pen haben he pen da kannst du dich winkeln aber overall weil ich ein kleiner gearing fan bin ist die gearing für mich wie biet hier dann als nächstes haben wir die große boy große boy ist so ein schiff das siehst du gar nicht so häufig leider wobei sie eigentlich immer noch ein relativ gutes gunboot ist sie hat ein paar vorteile sie hatten hiel sie ist sehr sehr schnell hat auch noch ein speed boost mit dabei zusätzlich damage ist gut wurde gebufft hatte zwölf kilometer tops was sie auch noch mal ein bisschen aufwertet du spielst das ding aber normalerweise nicht wirklich auf torpedos du spielst es auf ganz lege modul werde das ding noch mal richtig krass auf weil du deinen reload erhöht dafür hast du halt das schlechteren torpedo reload schlechtere turrets reverse wenn ich mich richtig erinnere aber ich würde sagen overall ist die große boy ein bisschen unterschätzt mit dem hiel ich würde sie ehrlich gesagt wirklich auf a rank als nächstes haben wir die haaland top dd aktuell schwieriges thema ja viele fahren sehr sehr defensiv es wird viel gekitet du kommst nicht wirklich ran was der schnelle tops das macht es noch mal wirklich gut du hast ein hiel das auch immer nicht schlecht du hast die sind ganz du kannst relativ lange überleben und ja also für mich ist die haaland overall so ein bisschen auch ein zieht hier der hiel und die ganz die okay sind aber wirklich okay drücken sie noch mal ein bisschen hoch dann haben wir die haragumo haragumo absolutes dpm monster consumant ist auch relativ solide bei 6 3 ungefähr in der ecke habe ich jetzt auswendig im kopf ich wenn sie mit lege spielst verlierst du natürlich diesen faktor macht es nicht so geil du hast wie gesagt der dpm ist krass du bist sehr träge das ist so ein bisschen problem an dem an dem ding und ja das du hast auch inzwischen sehr sehr viele gande idees wenn du smoke in ruhe farmen kannst 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 du sehr viel dpm machen ja also ich persönlich mag die haragumo sehr sehr gern dadurch dass du sie auch im team gut spielen kannst mit dem smoke gerade mit lege modul ist die haragumo für mich ein 8 hier kleber was soll ich euch zu kleber sagen kleber ist relativ schwierig zu spielen gerade als anfänger weil du hast kein smoke du musst über die geschwindigkeit machen das machen das kleber ist hat auch sehr schnell mit speed boost sehr sehr stark french saturation das heißt ist sehr sehr tanky auch hat massiven guten top damage ist halt bekannt dafür dass du gut russian kannst top setze auf beiden seiten und ist so unangenehm gegen guten kleber spieler zu spielen und deswegen ist kleber halt auch weil sie so gefürchtet ist wenn man sie gut spielt auch in estir und dann kommen wir zur shimakase shimakase gutes konsum mit 5,5 muss man ehrlich sein bringt dir gar nichts mehr du hast u-boote du hast so viel raider im game du hast carrier das die shimakase leidet darunter massivst massivst das ist so ein bisschen ihr problem und ja deswegen muss ich leider die shimakase ins state hier packen 12 kilometer tops bringen die halt auch nichts weil der gegner mal weg kiten ist auch so ein bisschen das problem 20 kilometer tops gehen halt so früh auf dass du sie gut deutschen kannst sind auch nicht die schnellsten ist schwierig dann haben wir als nächstes die wii 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 hat so ein ähnliches schicksal erleidet wie die shimakase dass du halt immer das problem hast die gegner weg halten sie wurde noch mal gebufft dadurch dass sie ein torpedo reload booster bekommt die top range ist ein bisschen besser du kannst halt keine dds topen das ist so ein bisschen nachteil dpm hat sie auch nicht du kannst sie mit radar spielen du hast einfach die kurzen smokes die schneller nachgeladen sind die panasiatischen die sind da relativ solide und ähm ich muss sagen ich finde sie besser als die shimakase durch den torpedo reload booster und gibt der wii wii ein schlechtes schlechtes c als letztes die z 52 z 52 ich spiele sie super mega gern ihr wisst es bei mir im stream wird immer z 52 gespielt die z 52 hat so ein bisschen das problem dass sie keinen heal hat dass wenn ihr hydro und ihr smoke nicht ready ist dass sie probleme hat ähm wirklich impact zu generieren gerade bei den vielen gun dds du hast das problem dass durch das radar durch sehr viele radar dds dein hydro nicht wirklich zum zug kommen kann klar gibt es immer wie leute die pushen da rein und dann kannst du sie abholen ähm hast immer ein bisschen glück deswegen aber es wurde auch schon mal gedroppt finde ich persönlich die daring ist einfach noch mal stärker was den dpm angeht mit dem heal ja und den kurzen smoke das macht sie einfach noch mal besser das drei kilometer hydro hält auch länger und klar du spielst halt auch anders wenn du eine z gegen dich hast in der daring das war mein ranking zu den dds tier stufe 10 tech tree dds glaube da einer oder andere sagen sehe ich jetzt nicht so aber klar jeder hat da eine andere meinung jeder spielt seinen dd etwas lieber leider ist halt top dd aktuell nicht so meta und ja das ist so ein bisschen das problem ich werde noch ein ich werde noch ein screenshot dann davon machen und ihn bei mir auf reddit hochladen dass ihr den auch noch in der datenbank habt und damit sage ich vielen dank fürs dabei sein und damit auch dann